Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja wir sind hier gerade gestartet beim Tatzelwurm und heute geht es für uns hinauf auf den Brünnstein. Dabei werden wir ab dem Brünnstein Haus dann über den Julius-Meyer-Steig aufsteigen. Das ist ein sehr leichter Klettersteig. Kategorisierung AB. Ja und es ist sehr gut geeignet für Anfänger, die sowas mal ausprobieren wollen. Viel Spaß mit dem Video. Vom Waldparkplatz beim Tatzelwurm starten wir unsere Tour auf den Brünnstein. Schon bald kommen wir aus dem Wald heraus und wir können in der Ferne schon den Gipfel des Brünnsteins erkennen. Mit Blick auf den Wildbarren im Osten fangen wir weiter den Forstweg, bis dieser nach links zum Brünnsteinhaus abzweigt. Nun geht es über einen Steig etwas unlegsamer nach oben. An einer Stelle darf sogar bereits hier Hand angelegt werden. Dann gelangen wir wieder auf ein freies Almgelände, welches die Aussicht nach Osten zum Zahnen Kaiser eröffnet. Wir folgen dem Steig weiter und im Runden so linksseitig den Brünnstein. Dann erreichen wir das Brünnsteinhaus, wo wir unsere Kletterausrüstung anlegen. Direkt hinter dem Topo vom Dr. Julius Meierweg geht es zunächst in einigen Kehren nach oben. Nach dem ersten Stahlseil wird es zunächst noch umgesichert weiter. Dann erreichen wir die ersten Stufen, welche uns links in den Feldspalt hineinführen. Hinter dem Feldspalt geht es über zwei Treppen weiter hinauf. Teils ungesichert, aber auch überwiegend im Gehgelände folgen wir dem Steig über einige Kehren weiter nach oben. Ein mit einer Kette versicherter Aufstieg führt uns dann auf das breite Band. Hinter dem Band geht es dann über ein paar Trittbügel weiter hinauf. Dann folgt die Schlüsselstelle des Klettersteigs. Eine kurze Feldstufe im Schwierigkeitsgrad AB. Da der Klettersteig insgesamt keine wirklich schwierigen und ausgesetzten Passagen enthält, ist dieser für Anfänger sehr gut geeignet. Viele erfahrene Berggeher verzichten hier auf die Verwendung eines Klettersteigsets. Die Verwendung eines Helms sollte jedoch immer obligatorisch sein. Am Gipfel genießen wir dann den Ausblick auf die umliegenden Berge des Mangfeigebirges. Sampsunberg Seide Jabez Seide Gardger Seide 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 Vom Gipfel aus steigen wir auf der anderen Seite des Berges wieder bergab. Im oberen Teil ist der Steig auch hier noch mit einigen Stahlseilen gesichert. Schon bald geht es aber wieder über einen recht einfachen Steig zurück zum Brunsternhaus. Nach einer ausgiebigen Pause am Brunsteinhaus treten wir den Rückweg an. Dabei wählen wir den Abstieg vorbei an der Brunsteinschanze, welcher den Brunstein auf der westlichen Seite umrundet. Vorbei an der Himmelmoosalm führt uns ein kurzer Gegenanstieg zum Abzweig in Richtung Waldparkplatz. Nach einem weiteren Aufstieg durch den Wald führt uns der Steig dann endlich wieder bergab und eröffnet dabei den Ausblick auf Wendelstein, Lacherspitz und Wildalbjoch. Der Steig wird nun zunehmend zu einem Forstweg und wir folgen diesen weiter bergab bis zu unserem Ausgangspunkt, dem Waldparkplatz am Tatzewurm. Deine Vielen Dank.